willkommen zu der neuen folge pokémon go und wir haben wieder mal was richtig fettes für euch zusammengefasst das ist jetzt nicht wirklich neu für euch ihr habt das bestimmt schon bei sabrina bei spiele tränen und bei schilling gesehen jetzt gibt es wieder die die leuchten die unten drunter schreiben spiele tränen und schilling ist doch dasselbe ja das weiß ich auch das müsst ihr mir nicht extra dazu sagen aber ich möchte natürlich auch meinen senf mal zu der ganzen sache abgeben wir hatten die woche jetzt so viel zu tun haben so viel rausgehauen es gab so viel stuff inhalt videos streams hin und her dass es einfach komplett untergegangen wäre deswegen habe ich das nicht als fünftes video an einem tag noch rausgehauen sondern macht das einfach nach den streams für zuschauern mit so ikon am samstag wenn ihr das hier seht müsste es also samstag nachmittag sein dass ihr gemütlich noch das wochenende angehen könnt morgen ist dann also der sie day mit roselia da freuen wir uns auch schon drauf streams für zuschauer rates für zuschauer mit so ikon haben wir also gemacht wird ja auch immer gefragt ob das auch wieder kommt ob das auch wieder kommt und jetzt werden natürlich auch schon die nächsten wieder angekündigt warum spielt er denn jetzt ausgerechnet mit diesem scheiß die ganze zeit was ruhig und jetzt dreht er wieder durch aber schön dass es ihm gut geht oder darauf kommt es doch an ich liebe dich dienstag neues event wie immer in letzter zeit wechsel das ist sowieso immer dienstag also haben sie so eingeführt jetzt dienstag immer zehn uhr kommt ein neues event war den ganzen februar jetzt so wird erstmal so weitergehen und ab zehn uhr gibt es dann auch die neuen legendären fünfer eier die eine stunde brauchen zum aufgehen das heißt ab elf uhr können dann die neuen raid boss schlüpfen die gar nicht neu sind weil es ja latias und latios ist viele freuen sich natürlich die noch keinen shiny haben oder die das noch gar nicht haben ihr könnt ja mal reinschreiben habt ihr schon latios und latias oder habt ihr schon shinies davon oder ist das ein komplett neues pokemon für euch es gibt alle es gibt alle die haben alles es gibt alle die haben was und brauchen noch das shiny und dann gibt es auch die die gar nichts haben also der rest kann sich ja auf hunderter suche begeben von den legendären oder eben xl bonbons sammeln wer wollte nicht schon immer so ein paar flugzeuge oder jets oder sonst was keine ahnung flugzeug reicht so ein paar flugzeuge auf level 50 pushen dienstag also wie gesagt dienstag 10 uhr fängt das neue event an das chinesische neujahrsevent ihr seht schon ganz fett taurus ist hier in den mittelpunkt gestellt ihr habt ihr lauter rote pokemon ihr habt ihr fleugen gehabt hier ihr habt ihr kavador goldini magma krabbi ihr habt medity das ist auf jeden fall richtig rot sieht für mich eher blau aus und ihr habt milltank das auch wichtig denn gerade am dienstag wenn es losgeht gibt es ja abends die raid ach die raid die spotlight stunde mit milltank wer immer noch keinen shiny milltank hat versucht sein glück in der spotlight stunde außerdem wird es wieder milltank rates geben habe ich gesehen vielleicht mache ich auch in der woche einfach so wie jetzt despoter rates für zuschauer am donnerstag nächste woche dann also milltank rates für zuschauer für die leute die das unbedingt noch möchten oder raiden brauchen die leute die sagen ja gut ich habe jetzt mein shiny bekommen müssen ja nicht mitmachen mal gucken es gibt ja auch ein neues mega pokémon natürlich mega garados werden wir vielleicht auch gucken dass wir da irgendwas hinkriegen verschiedene pokémon wie krabbi goldini magma kapador milltank medity floink garados das auch wild in seiner schillernden variante anzutreffen ist also geht auf shiny garados jagd das ist ja auch nichts neues das gab es ja auch schon mal war das nicht sogar ein chinesisches neujahrsevent kommt das immer als rotes pokémon zum chinesischen neujahrsevent jedes jahr was anderes steht im mittelpunkt aber shiny garados wird einfach immer hinterher geworfen da sehe ich jetzt schon wieder die leute die losgehen und nach 100 prozent garados suchen so lange bis sie ein 100 prozent shiny garados haben einfach wild gefangen fertig sack zugemacht sagen wir mal in event exklusiven feldforschungsaufgaben erhält man zudem diese pokémon mauzi alola mauzi galamauzi medity milltank also milltank wild milltank aus der forschung oder aus aufgaben milltank aus fünf kilometer eiern milltank aus raids milltank in der spotlight stunde wenn es da nicht klappt mit der blauen kuh außerdem in fünf kilometer eiern radfraads redan mengi bonita voldilam und dusta flemli kindwurm haspiror floing und leufeo obwohl diese event eier sind für mich eigentlich komplett uninteressant ich weiß sabrina packt bei jedem event gerne mal eine eine ladung eier rein und zeigt die ich warte eigentlich immer nur auf die zwölf kilometer eier und wenn ich grad mal zeit hab und denk gut da ist ne lücke da kannst du ne folge machen dann brüte ich wenn höchstens mal zwölf kilometer eier einfach weil das die meisten erfahrungspunkte gibt weil das die meisten den meisten sternen staub gibt weil das am meisten bonbons gibt und weil da die coolsten pokémon drin sind auch wenn das immer zu wechseln sind da trotzdem die coolsten pokémon drin meiner meinung nach hier ist jetzt eigentlich nur zeug dabei was ich eigentlich gar nicht bräuchte kindwurm ist an sich okay mildtank für das shiny aber warum extra eier brüten wenn du nicht weiß was rauskommt wenn du direkt wilde mildtank farmen kannst oder eben raids machen dann die raidbosse auch mediti kanivania zwirlicht bjonsgora flampion stufe 1 flampion raids die bieten wir mal an flampion raids und mildtank raids was von den beiden wohl mehr interesse hat flampion unterschätzt das nicht ist auf jeden fall ein sehr starkes krasses pokémon da ein hunderter und dann entwickeln und hochziehen das ist auf jeden fall eine wucht lacht das nicht aus das könnt ihr vergleichen mit lavita raids das könnt ihr vergleichen mit was war das andere was haben wir denn gemacht überhaupt einsternere kaum malad raids genau flampion kaum malad sind beides einer aber heftige pokémon im endeffekt stufe drei also mildtank auktillerie logo kam erupt ab soll ab soll raids shiny ab soll wäre auch eine option einfach mal flampion mildtank und ab soll gegeneinander antreten lassen und gucken was die meisten stimmen bekommen fände ich ganz lustig müssen wir mal gucken ob wir das machen stufe 5 latias und latios ich werde jetzt schon ankündigen am dienstag versuche ich zwei community raids zu machen einen für latios einen für latias und abends natürlich die spotlight stunde das sind zwei videos in denen ihr dabei sein können die zehn ersten werden wieder mitgenommen habe ich wieder pur stress erst mal einzufinden dann das video zu bearbeiten hochzuladen das nächste video zu machen den nächsten grade zu machen abends auch die spotlight stunde zu machen also heftig heftig mega raids mega taubos mega am faros und zum ersten mal mega garados taubos am faros taubos war zum beispiel noch gar nicht in den mega raids bei raids für zuschauern jetzt kommt mega garados ich glaube die meisten würden dann wenn dann auf mega garados gehen theoretisch könnte man versuchen zum beispiel flampion mildtank ab soll an einem tag vielleicht zu machen mega garados also mega garados an einem freitag die anderen an einem donnerstag samstag dann latias sonderklatios so wäre das auf jeden fall gerecht aufgeteilt sind aber erstmal nur ideen die ich in den raum werfe ähm muss nicht so kommen angaben ohne gewehr kann sich immer was ändern zur feier des jahres des büffels kann man das ansonsten regio regionsexklusive pokémon taurus in einer begrenzten forschung erhalten okay das gibt es dann nur einmal das gibt es 20 mal das gibt es 100 mal begrenzte forschung begrenzte forschung mit bla 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 hieß es ja auch manchmal wenn das so ein quest day war begrenzte forschung mit snibel oder hieß das anders siehst du begrenzte forschung damit und dann habt ihr da die ganzen aufgaben runter gerattert machen die das jetzt auch so oder heißt das nur begrenzte forschung dass du da im tab vier aufgaben hast und wenn du die löst kriegst du einen taurus am ende was heißt begrenzte forschung für euch schreibt es mal runter was ihr denkt was das ist geschenke enthalten mehr pogebälle die tausch distanz wird auf 40 kilometer erhöht man hat höhere chancen dass pokémon glücks pokémon werden und man hat auch erhöhte chancen auf glücks freunde um garantierte glücks trades zu machen das ist eigentlich alles was hier dabei steht was man hier raus lesen kann wer das mal zu machen wir noch mal kurz hier drauf gehen dann seht ihr noch mal zusammengefasst was da steht also 9 bis 14 februar weil dann am 14 da fängt ja schon wieder das nächste event an ihr seht das hier ist alles noch mal aufgeführt hier steht auch noch mal dabei die chance auf glücks freunde ist erhöht und die schacken auf glücks pokémon ist erhöht stand beim anderen artikel halt nicht hier steht beides separat drin ja wer hat jetzt recht die einen die anderen sagen die zu viel sagen die anderen zu wenig die verschreiben sich aber sagen mehr also muss man mal aufpassen die raid boss habt ihr auf jeden fall da mega gados genau fazit ist auch dabei was halt jetzt dumme ist ich werde bis zum event mein level 48 noch nicht haben weil ich so am anfang mir zeit gelassen habe das heißt ich brauche dann ja 50 glücks pokémon und 50 glücks trades werde aber das event nicht dafür nutzen können obwohl gefühlt jeder zweite trade dann bestimmt lucky wird und ihr 100 glücks freunde bekommt man kann die glücks freunde sicher dann aufheben zum traden für diese lucky trades aber diese lucky trades würde ich ja für ähm für legendäre nehmen das heißt ich könnte selbst wenn ich jetzt 20 glücks freunde bekommen wäre das ja trotzdem 20 tage zum tauschen also müsste ich ja alles alles kompliziert ihr seht schon wäre natürlich heftig ich wäre schon level 48 dann wäre das die optimalen voraussetzung diese 50 glücks pokémon da mitzunehmen wenn das alles erhöht ist und euch was gibt ansonsten freut ihr euch auf mega garados bestimmt schon gelesen manche die wollen nur noch garados machen die lassen latios und latias komplett liegen die lassen alles andere liegen die stehen gar nicht mehr auf ähm was ich noch aber hier zusätzlich habe und das auch noch mal kurz zeigen möchte in der neuen datamine wurde auch ein formwechsel gefunden jetzt können wir das alles mal ganz schnell hier durchblättern ihr könnt bald euer team wählen beziehungsweise wenn ihr die neueste version schon installiert habt könnt ihr jetzt schon auswählen ob ihr team rot oder team grün wählt also nicht team sondern die edition ob ihr die grüne oder die rote edition wählt ich wollte ja die ganze zeit die grüne weil grün gibt es noch nicht als farbe im spiel rot denkt man das hat alles mit team rot zu tun aber es geht ja um die edition jetzt als ich die medaillen gesehen habe habe ich gedacht wo die rote medaille sieht eigentlich schon besser aus als die grüne die pokémon sind bei der roten für mich eigentlich auch interessanter ich weiß deswegen immer noch nicht was ich mache zwei sachen sprechen jetzt für rot aber eigentlich wollte ich doch grün ihr könnt nochmal reinschreiben seid ihr rot oder seid ihr grün welche edition habt ihr gewählt wenn ihr ein ticket habt das kann man also bald wählen dann ist auch angezeigt dass ganz viel lustige musik ins spiel kommt an diesem kandotag wird man wohl sehr schöne nostalgische musik hören können vielleicht sind auch schon die leute die sich als die sich angemeldet haben um ins spiel zu kommen darstellung von einem selbst ins spiel rein zu kommen als non playable charakters ja dass die auch beim kandotag mit da sind dann gibt es daunenreigen als neue attacke ist hier aufgeführt lassen wir auch mal weg hier vorm wechseln wir überspringen mal kurz den vorm wechsel freundschaftsliste kann man wohl bald seine freunde markieren als favoriten die man am liebsten hat dann wird man wohl bald die möglichkeit haben eingehen und ausgehende einladungen besser verwalten zu können was ich natürlich schön finde wenn ich tausend anfragen habe vielleicht auch einfach mal dass man das rumdrehen kann dass man die ältesten zuerst sieht das wäre auch für raids für zuschauer sehr sinnvoll damit man nicht immer zu durch die ganze liste scrollen muss bis man endlich unten ist sondern einfach nur ein button an der seite wo man sortieren kann nach neueste zuerst oder älteste zuerst das wäre die genialste neuerung finde ich spielübergreifende freunde nickname deaktiviert neue methode für xl bonbons ja gibt es vielleicht auch bald andere methoden noch mal xl bonbons zu bekommen die möglichkeit hier das level abzuteilen werbung in sozialen medien sonst was irgendwelche anderen dinger das ist eigentlich alles recht uninteressant für euch was ihr wissen müsst und was ich jetzt einfach auch noch erwähnen möchte ist der formwechsel hier ist auch ein sehr lustiger text geschrieben und zwar die heutige datamine wird präsentiert von professor willows formwechseltabletten lässt lässt sie ihr giratina im stich ist es nicht schwebend genug die neuen formwechseltabletten von professor willow können ihnen dabei helfen die nervigen beine loszuwerden und giratina in die urform zu verwandeln die sie schon immer wollten kaufen sie jetzt professor willows formwechseltabletten für 9 99 nur solange der vorrat reicht wählen sie jetzt 0800 willow mögliche nebeneffekte sind der verlust von sternstaub leere geldbeutel und existenzielle krisen die progemeines haben sich an dieser stelle ein scherz erlaubt genau als werbespot verpackt zu dem formenwechsel für den man wahrscheinlich hier der formenwechsel erfordert sternenstaub ein item und eine feldforschung entweder alles drei oder nur immer eins davon wird man noch sehen es wird sicherlich eine medaille geben wie oft man formwechsel vollzogen hat sozusagen es enthält eine eigene animation gleich zwei neue typen von feldforschungsaufgaben wurden in der datamine entdeckt eine feldforschung für die ihr einen formwechsel machen müsst und die zweite für die ihr einen npc besiegen müsst ja so also dieses formwechsel hat so eine wichtige rolle da drin und stellt euch das jetzt wirklich mal vor ich habe dieses hässliche giratina mit den beinen als hundertprozentiges mein bestes fliegendes giratina ist aber ein 98 prozentiges ich suche die ganze zeit jeden glückstausch mache ich und sage hat jemand noch die fliegende made hat jemand die fliegende made ich nehme gerne noch die fliegende made die wird einfach nicht 100 vorm wechsel kann ich jetzt also wirklich bald mein 100% bebeindes giratina nehmen und die form ändern dass ich ein 100% fliegendes madiges giratina habe das wäre so heftig ja das ich ich weiß nicht das klingt eigentlich viel zu gut um wahr zu sein im endeffekt ja wer weiß denn ob es die form aber dann beibehält vielleicht könnte die form ja auch nur über einen bestimmten zeitraum wechseln wie bei den mega raids und den mega entwicklungen im endeffekt wechselst du die form und dann nach acht stunden geht das zurück wenn es wirklich die form komplett wechselt das wäre so ein heftiges feature auch wenn ihr jetzt guckt ihr habt ein hundert prozent dioxis und ihr habt ultra die billig form ihr wollt das aber in der angriffsform ihr wollt das in der verteidigungsform ihr könnt euch wirklich die form aussuchen und das direkt in diese form rein pressen die ihr haben wollt oder wie ist das bei kyurem 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 schwarzes kyurem weißes kyurem ich habe ein hundert prozent kyurem kann ich irgendwann sozusagen eine form wechseln zählt das als form ich weiß es nicht fragen über fragen aber form wechsel klingt an mich einfach am heftigsten und interessantesten von allen sachen die heute hier äh aufgekommen sind was sagt ihr zum form wechsel hättet ihr ein pokemon was ihr gerne wechseln wolltet wo es mehrere formen gibt was ihr habt und warum schreibt es mal rein ansonsten freuen wir uns natürlich hier über miltang wir freuen uns auf taurus wir freuen uns auf mega garados wir gucken mal dass wir das hinkriegen dass wir euch da auch ein bisschen was bieten können selbst wenn wir euch gar nichts bieten ihr könnt ja selber zocken ihr habt auch die raid gruppen am start immer für alles ich möchte auch nochmal drauf hinweisen in der beschreibung guckt wirklich mal bei den videos in die beschreibung da steht wirklich alles drin was ihr braucht um irgendwie weiterzukommen da steht mein trainer code da steht keine ahnung wie man mitglied wird beim kanal da steht wie man dem adfutter spendet das sind die unwichtigen sachen aber die wichtigen sachen für euch da ist der link zur discord gruppe zum discord server wo ihr riesen riesen bereiche für alle möglichen sachen habt ihr habt die telegram fangruppe da verlinkt um kurzen kontakt aufzunehmen wenn irgendwas schnell befragt hin und her da einen ort habt ihr habt die telegram raid gruppe ihr habt mein instagram ihr habt mein facebook ihr habt mein alles andere wenn ihr einen erreichen wollt wenn irgendwas ist nutzt wirklich die beschreibung guckt in die beschreibung rein lasst euch nicht alles aus dem arsch ziehen ihr habt vieles selbst in der hand was ihr draus macht wenn ihr keine wenn ihr keine raids habt oder keine spieler habt gebt nicht auf macht was dafür guckt in die beschreibung geht da rein wo die leute sind denen es so geht wie euch tut euch zusammen lasst uns einfach eine gute zeit haben ihr seht pokemon wird nicht langweilig es gibt immer wieder neue sachen immer wieder krasse dinge zu entdecken ich bin jetzt raus ich muss mal gucken wupsi kommt hoffentlich gleich wir wollen nämlich nach sul zum sub und ich wollte zwei fette subs kaufen für diese komische croc challenge vom flatti die der kanal phänomenal nachgemacht hat jetzt wollte ich die auch machen und gucken ob ich das schaffe aber weil ich keinen croc habe nehme ich einfach zwei subs das müsste auf jeden fall dann passen 60 cm das war es aber von meiner seite aus wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin peace out vorhaut euer ramses